Die Blase für Fortgeschrittene. Der einzige Podcast rund um das Thema Blasengesundheit. Jede zweite Frau erleidet mindestens einmal in ihrem Leben eine Blasenentzündung. Und in den meisten Fällen wird ein Antibiotikum verschrieben. Was ja gar nicht notwendig ist, weil oft oder in den meisten Fällen hilft auch Naturmedizieren. Und wir sprechen heute über die Vorbeugung von Blasenentzündungen. Also wie man Blasenentzündungen mit Naturmedizin verhindern kann. Und da habe ich heute einen ganz besonderen Gast bei uns, nämlich Martin Auerswald. Er ist Mikronährstofftherapeut und auch Bio-Kewiker. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Hallo. Hi, danke für die Einladung. Der häufigste Erreger bei einer Blasenentzündung ist ja das Darmbakterium E. coli. Und wie kann das jetzt in unsere Blase gelangen und eine Entzündung auslösen? Vor allem bei Frauen ist es relativ einfach, dass der eine Ausgang und der andere Eingang relativ nah beieinander liegen. Und ja, vor allem durch unseren täglichen Stuhlgang, vielleicht durch Hygiene, durch Schweiß, durch Kleidung kann es eben sein, dass das Bakterium zum einen raus und zum anderen einschlüpft und dann über den Harnweg bis in die Blase seinen Weg findet und sich dort einlistet. Also E. coli teilt sich alle 20 Minuten. Das heißt, wenn irgendwo ein Keim sich irgendwo einlistet und dem gefällt es da, dann kann es sein, dass aus einem Keim innerhalb von zwei, drei Tagen wirklich Milliarden und Abermilliarden rausgekommen ist. Das geht dann sehr schnell. Und deswegen ist es wichtig, Vorbeugung zu machen, dass es nicht so weit kommt, dass es sich nicht einlisten kann. Und wenn man es dann doch mal hat, dass man es vielleicht auch ohne Antibiotika wieder los wird. Das wäre ganz schön. Auf deiner Website schreibst du ja, Urin, Schleimhäute und Immunsystem spielen eine wichtige Rolle, um Blasenentzündung vorzubeugen, besonders im Sommer. Wie genau kann man das verstehen? Okay, fangen wir vielleicht mit Urin an. Also unser Urin erstmal, was ist unser Urin? Ist eine Möglichkeit unseres Körpers, wasserlösliche Giftstoffe aus dem Körper auszuschalten. Das ist Teil unseres Entgiftungssystems. Die Niere filtert den ganzen Tag das Blut, also so 180 Liter am Tag insgesamt, geht mehrmals durch und gewinnt daraus dann den Hahn und sagt, alles was wasserlöslich ist und was nichts mehr im Körper verloren hat, Abbaustoffe, Hahnstoff, deswegen ist auch der Urin so gelb. Das ist ein Abbauprodukt von Protein und Stickstoff und über den Urin wird dann eben das aus dem Körper geschwemmt und was aber gerne ignoriert wird. Eine Aufgabe des Urins ist auch, unsere Harnwege steril zu halten. Im Idealfall ist nämlich unser Urin leicht sauer und hat damit auch eine desinfizierende Wirkung auf unsere Blase und auf unsere Harnwege und kann dadurch vor allem so mögliche Krankheitserreger wie E. coli, die da nichts verloren haben, wieder schön ausschwemmen. E. coli mag es ganz gerne so im neutralen Bereich und bereits mit einer schwachen Säure, aber mit einer gewissen Konsistenz kann man eben seine Harnwege da schön steril halten und damit auch aktive Prävention betreiben. Das ist einmal der Urin. Und da bin ich auch ein großer Fan davon. Viele sagen, wenn man den Urin im pH-Messstreifen quasi an den Urin hält und der ist sauer, dann heißt das, dass der Körper übersäuert ist. Aber es ist eigentlich ein Zeichen von einer gut funktionierenden Niere, wenn der Urin sauer ist, vor allem am Morgen. Weil das sind ja eben auch Säuren, die aus dem Körper ausgeschieden werden und eben es hat eine desinfizierende Wirkung. Und wenn wir ausreichend trinken, dann hat er eben auch die richtige Schlemmkraft, um auch Prävention und Behandlung mit zu kombinieren. Dann die Schleimhäute. Wir haben also Schleimhäute sind immer die Kontaktfläche zwischen unserem Körperinneren und der Außenwelt. Also in unserem Darm haben wir riesigen Schleimhäute mit insgesamt 300, 400 Quadratmeter Oberfläche. In unseren Atemwegen haben wir Schleimhäute, in unserem Darmausgang haben wir Schleimhäute und unseren auch kompletten Blasen- und Urinaltrakt haben wir Schleimhäute. Und die haben die Funktion, unseren Körper natürlich erstmal zu schützen. Weil das sind Kontaktflächen zwischen der Innen- und Außenwelt. Das heißt prinzipiell wollen da auch Krankheitserreger in den Körper eindringen und ihn besiedeln und ihn infizieren. Das heißt, eine Schleimhäute sollte zuerst mal abweisend sein, sie sollte ausreichend feucht sein, nicht zu trocken. Und sie sollte mit gewissen Abwehrstoffen, Antikörpern, antibakteriellen Proteinen gespickt sein, damit sich da nichts einmisten kann. Und gerade bei, vor allem bei Frauen, bei einer bestimmten Zielgruppe, bemerke ich, dass die, auch wenn die mit wiederkehrenden Blaseninfektionen zu kämpfen haben, dass die Schleimhäute einfach zu trocken sind. Und dadurch sind die Schleimhäute natürlich weniger gespickt mit Abwehrstoffen, sind aber auch spröde. Das heißt, da kann sich leichter was anheften und einnisten. Und wenn sich dann eine Infektion bildet, dann ist es umso schmerzhafter, weil sich die Schleimhäute dann auch entzünden. Dadurch, dass es so spröde sind, entstehen dann auch Mikrorisse. Man fängt vielleicht auch an, Mikroblutungen zu entwickeln. Und im schlimmsten Fall kann das auch dazu zu einer Selbstführung, also dass die Krankheitserleger wie diese Mikrowunde dann in den Körper eindringen. Und das ist schmerzhaft und dann wird es auch schnell gefährlich. Das ist so Schleimhäute. Und wir können auch gerne darüber sprechen, wie man seinen Schleimhäute wieder ein bisschen, ja, aufpoliert, abwehrtauglicher gestaltet. Das Immunsystem ist dann auch eine Bastion. Das Immunsystem ist nämlich in unserem Körper in und um die Schleimhäute herum angesiedelt. Man sagt immer mal, dass 70 Prozent aller Immunzellen in unserem Körper im Darm sitzen, weil da die größte Kontaktfläche zur Außenwelt ist. Aber gilt natürlich für alle Schleimhäute in unserem Körper. Und überall hinter den Schleimhäuten und in den Schleimhäuten, auch in unserem Blasen-Lynaltrakt, sitzt natürlich auch das Immunsystem und verteidigt. Das heißt, wenn es spürt, da will sich was anheften, einnisten, kann zumindest das Immunsystem da in diesen Raum eindringen und quasi aktiv kämpfen. Es kann aber auch sein, wenn sich etwas seinen Weg durch die Schleimhaut in den Körper behandeln will, dass dann auch das Immunsystem da eingreift und abwehrt. Also im Idealfall ist unsere Abwehrkraft oder unsere Abwehrkräfte, vor allem im Renaltrakt, eine Kombination aus einem gut funktionierenden Urin, einfach der das Ganze steril hält, aus funktionellen Schleimhäuten, die verhindern, dass sich da irgendwas anhäftigen und infizieren kann. Und wenn es dann wirklich mal ein Notdarmann oder wenn es kritisch wird, dass dann auch das Immunsystem eingreifen kann. Und das sind so die drei Aspekte, auf die ich mich auch konzentriere bei Prävention und Behandlung von Blasen, Infekten und Entzündungen. Und das Immunsystem kann ja auch schnell geschwächt werden, zum Beispiel durch Kälte und Nässe. Wir kennen es im Sommer, wenn man zum Beispiel nach dem Schwimmen dann auch seinen Badeanzug anlässt. Viele Frauen, wie auch ich zum Beispiel, kennen das. Ich muss ihn dann gleich ausziehen, weil Kalt-Kälte-Nässe ist einfach für die Blase, für meine Blase zum Beispiel, überhaupt nicht gut. Warum ist es denn so, dass dadurch dann das Immunsystem geschwächt wird, durch die kalte Blase? Viele Reize, wenn sie kurz und knackig sind, stärken sie uns. Zum Beispiel eine kalte Dusche am Morgen ist gut für das Immunsystem. Aber wenn die Kälte chronisch wird und den Körper eher abkühlt und dann vielleicht auch die Durchblutung in den gewissen Körperbereichen schwächt, dass die dann auch anfälliger werden. Also wie du sagst, dass sich die Blutgefäße dann zusammenziehen, oder? Das wird wahrscheinlich ein wichtiger Grund sein. Genau. Das ist dann eine Schutzreaktion des Körpers, dass er nicht auskühlt. Ein bisschen weniger Durchblutung bedeutet aber auch weniger Sauerstoff, weniger Nährstoffe, weniger Immunzellen. Und das ist wie Krankheitsträger und Opportunisten. Die warten auf eine Schwächephase und die merken so, wenn man eher ausgekühlt sind da unten und länger nass waren, dann merken die das, dass da weniger Abwehrkräfte oder auch weniger Lebenskräfte in dem Moment an der Stelle aktiv sind. Und dann schlagen sie natürlich voll zu. Aber es hängt wahrscheinlich in erster Linie mit Durchblutung und einer gewissen Unaufmerksamkeit des Immunsystems zusammen. Eine Vorbeugungsmaßnahme ist dann einfach nasse Sachen ausziehen und trockene Sachen anziehen nach dem Schwimmen. Ja. Es gibt ja aber noch andere viele Vorbeugungsmaßnahmen, wie zum Beispiel regelmäßig viel trinken, schauen, dass die Blase immer schön warm gehalten wird. Und natürlich auch wieder aufs Immunsystem schauen, so wie du es auch schon angesprochen hast, weil ein starkes Immunsystem ist gleichzeitig auch eine starke Blase. Und da kommen jetzt zum Beispiel nach uns Ergänzungsmittel ins Spiel. Da gibt es ja einige, die unsere Blase unterstützen. Fangen wir mal mit dem ersten an, mit welchen du beginnen willst, wo du sagst, das ist für die Blase wirklich sehr gut und das unterstützt sie auch. Also fangen wir vielleicht mit Vitamin C an. Je nach Person haben wir so einen Bedarf von 500 bis 1000 Milligramm am Tag, aber das kann schwanken. Also Vitamin C ist einmal ein Stoff, den unser Immunsystem braucht, um aktiv zu sein. Das heißt, wenn wir ausreichend Immunzellen haben, aber ein Vitamin C-Mangel oder nicht optimal versorgt sind mit Vitamin C, dann wird das Immunsystem auch nicht aktiv. Sie brauchen wirklich alle Ressourcen, damit auch die Kaskade am Ende beginnt. Und Vitamin C wird erst mal im Körper verteilt für lebenserhaltende Funktionen, wie Stützgewehre oder die Herzmuskelzellen. Und erst, wenn diese lebenserhaltenden Funktionen abgedeckt sind, erst dann kommen so diese Sekundärsachen, die nicht für unser direktes Überleben verantwortlich sind, sondern für eher die gesunde Haltung oder die Lebensqualität. Und da gehört halt das Immunsystem dazu und da gehört unsere Schleimhäute dazu. Und deswegen empfehle ich auch sehr, sehr viel mehr Vitamin C als zum Beispiel die offiziellen Leitlinien, die so 50 bis 100 Milligramm Vitamin C am Tag empfehlen. Eigentlich, damit der Körper wirklich optimal versorgt ist, brauchen wir uns das Zehnfache, so 500 bis 1000 Milligramm. Und was der Körper dann nicht braucht an Vitamin C, das scheidet er über den Urin aus. Und das Schöne an Vitamin C, es hat eine schön ansäuernde Wirkung für unsere Urin, ist aber auch ziemlich effektiv antibakteriell. Also deswegen wird zum Beispiel Vitamin C mittlerweile in viele so Naturkosmetik für Akne eingesetzt, weil es auch auf der Haut einfach eine gewisse antibakterielle Wirkung hat und eine Überbesiedlung mit bestimmten Bakterien hemmt. Und das Gleiche können wir eigentlich auch für unseren Originaltrakt nutzen. Und da können wir auch gerne ein bisschen mehr Vitamin C über den Tag verteilt, früh Mittagabend oder nur früh und Abend können wir das einsetzen. Und immer wenn wir quasi aufs Klo gehen, wissen wir, dass da auch ordentlich mal durchgespült wird. Und da ist Vitamin C ziemlich effektiv. Und wenn wir das einfach so nutzen, über den Tag verteilt, können wir einfach unseren Urin-Altrakt mal schön durchspülen. Und das hilft dann auch, das desinfizieren zu können. Das ist eigentlich auch derselbe Mechanismus, wie Cranberry wirkt. Cranberry-Saf, die enthalten auch so Schleimstoffe, die stark antibakteriell sind. Das ist derselbe Mechanismus, wie Manose eingesetzt werden kann. Der Körper braucht Manose nicht, entscheidet es dann über und über ihn wieder aus. Und das hat auch schön antibakterielle Wirkung. Man kann aber auch alles miteinander kombinieren. Vitamin C mit diesen Naturbeinmitteln. Und dann fängt es auch an, nachhaltig zu funktionieren, habe ich gemerkt. Ja, Vitamin D ist anders als Vitamin C, aber sie ergänzen sie sehr gut. Vitamin D wird überall im Körper benötigt, überall. Die wichtigsten, vor allem für uns heute, Anwendungen sind wahrscheinlich einmal, sie machen unser Immunsystem kompetenter. Also unser Immunsystem ist ja wie so eine Armee, die unseren Körper verteidigt. Die Armee muss aber irgendwie ausgebildet werden. Und Vitamin D ist so eine der Faktoren, die unser Immunsystem braucht, um ausreichend trainierter ausgebildet zu werden, damit sie auch wissen, wie und gegen wen man am besten kämpfen soll. Und bei einem Vitamin D-Mangel kommt es dann auch zu Fehlregulationen des Immunsystems, wie auch Autoimmunerkrankungen, Heuschnupfen, Allergien, weil das Immunsystem nicht gescheit ausgebildet wurde. Und dann weiß es auch nicht, wie und dagegen, wie es kämpfen soll. Mal so gesagt. Und auch einmal hier, wenn es mal zu einer Infektion kommt oder zu einer Entzündung, dass das Immunsystem auch effektiv dagegen kämpfen kann. Das ist auch Teil unseres Abwehrprozesses, dass nicht das Antibiotikum wir dann aufräumen, sondern dass unser Immunsystem am besten genau das macht. Das einmal. Und da brauchen die meisten so zwischen zweieinhalb und fünftausend Einheiten Vitamin D am Tag. Das ist eigentlich über das ganze Jahr hinweg eine gute Dosis, um ausreichend versorgt zu sein. Und dann gibt es so Spezialisten wie mich, die halt ein bisschen mehr wiegen und ein bisschen mehr brauchen. Also ich brauche so bis zu 10.000 Einheiten, vor allem im Winter. Aber die meisten kommen so mit 200.000 bis 5.000 Einheiten gut zurecht. Und einmal fürs Immunsystem, aber auch für Schleimhäute. Weil Vitamin D ist ein Kofaktor, das heißt ein nötiges Utensil, das benötigt wird, damit in unseren Schleimhäuten Abwehrstoffe produziert werden. Bestimmte Abwehr, Immunglobuline zum Beispiel, das sekretorische IGA ist da ganz wichtig. Ein paar antibakterielle Proteine, wie hier das Katalizidin, Defensine, aber auch für eine gewisse Bildung von einer Schleimschicht, Muzin, sagen wir. Das ist wie so ein Schleimfilm, der über der Schleimhaut liegt. Und der wie so, also hier hängt jetzt gerade so ein, kennst du diese Fliegenfänger, die so klebt in das Papier. Das ist im Grunde, das sind eigentlich die Muzine. Die sollen wie so Fliegenfänger über der Schleimhaut liegen. Und wenn sich mal ein Bakterium da rein verirrt, dass es sofort wie erdrückt wird von der Schleimschicht. Und auch da wird Vitamin D einfach benötigt. Und da eine ausreichende Versorgung zu haben, halte ich für sehr, sehr maßgeblich. Ja, damit Immunsystem und Schleimhäute halbwegs fit sind und nicht so riesig und trocken und spröde. Welches haben wir da noch? Hilft noch der Blase? Ich finde Zink noch gut. Zink ähnlich wie Vitamin D für ein aktives und trainiertes Immunsystem und für die Bildung von Abwehrstoffen einfach wichtig ist. Und da oftmals, vor allem hier bei Blasenentzündungen, oftmals mit einer Immunschwäche einhergeht. Und Zink ein, ja, wie so ein Wachstumsfaktor ist für unser Immunsystem, aber auch für intakte Schleimhäute. Und auch wenn, ja, wenn sich eine Schleimhaut mal entzündet oder regenerieren muss, ist auch hier Zink ein Wachstumsfaktor. Also bei Darmentzündungen oder Hautproblemen hat sich Zink mittlerweile herumgesprochen, gilt aber auch für unsere Urinalschleimhäute. Also so 20 Milligramm Zink in der Regel ist für Erwachsenen gut und ausreichend. Ist nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Und zusammen mit Vitamin C kann man zusammennehmen, verstärken die sich noch gegenseitig bei der Einnahme und Aufnahme. Und wie notwendig ist es jetzt, dann Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen? Ich nehme ja auch sehr viel über die richtige Ernährung auf, also wenn ich mich ausgewogen ernähre. Das heißt, diese Nahrungsergänzungsmittel sind dann zusätzlich noch gut, um mein Immunsystem mehr zu unterstützen, oder? Das sind eine gute Unterstützung. Gerade wenn es um Nährstoffe geht, ist natürlich am sinnvollsten, die einzunehmen, wenn man auch einen gewissen Bedarf hat. Also bei Vitamin D zum Beispiel, mittlerweile misst jeder Hausarzt Vitamin D, kostet 30 Euro, kann man einfach mal nachmessen. Und wenn man sieht, oh, ich bin gut versorgt, oder meinetwegen jetzt ist gerade Sommer, ich gehe jeden Tag raus und trank Vitamin D in der Sonne, kann sein, dass man das gar nicht extra braucht als Nahrungsergänzung. Aber gerade in der kalten Jahreszeit, so ab November, ist eigentlich jeder, der kein Vitamin D ergänzt, in einem Mangelzustand. Weil alle 30 Tage halbieren sich unsere Speicher im Blut und ab Oktober können wir kein Vitamin D auf der Haut mehr bilden, also nicht ausreichend. Das heißt, spätestens ab November sind eigentlich die ganzen Speicher vom Sommer leer. Und deswegen geht auch im Winter dann die Grippesaison los und gewisse Infektionserkrankungen nehmen dann zu, weil unser Immunsystem einfach im Winter geschwächt ist, überwiegend legen Vitamin D. Vitamin C und Zink ist etwas, also Vitamin, kann man beide auch im Blut nachmessen, ist aber nicht sehr aussagekräftig. Bei Vitamin C empfehle ich, schadet nichts und ist nicht sehr teuer, gerade wenn man mit wiederkehrenden Blaseinfekten zu tun hat oder einfach vorbeugen will, schadet nichts. Einfach mal ausprobieren und dann gucken, wie geht es mir damit, habe ich vielleicht mehr oder weniger als vorher. Und bei Zink würde ich mal kritisch denken, wie viel zinkreiche Lebensmittel esse ich eigentlich so. Und dann, also gerade Frauen essen halt einfach nicht so viel Fleisch, zum Beispiel wie Männer. Rotes Fleisch ist somit die beste Quelle für Zink. Nicht nur rotes Fleisch, Rindfleisch und Lammfleisch sind super, aber auch so Innereien, Leber, Herz, Niere. Super reich an Zink, aber Frauen essen... Werden oder andere überwinden, ja. Genau. Wenn ich da wirklich viel, auch gutes Weidefleisch esse und auch immer mal Innereien, dann kann es sein, dass man gar keinen zusätzlichen Bedarf hat. Aber gerade so die Kandidaten, die auch mit Blaseninfekten zu tun haben, essen zu meiner Erfahrung eher weniger Fleisch und könnten vielleicht dann auch mal über ein bisschen zusätzliches Zink nachdenken. Fisch und Nähresfrüchte sind auch super Quellen. Austern werden gerne genannt, aber ich kenne niemanden, der wirklich regelmäßig Austern isst, außer im Urlaub. Und was haben wir noch? So Hanfsamen sind reich an Zink, Hirse, Hafer. Aber da müssten wir jeden Tag so knapp ein Kilo essen, um ausreichend mit Zink versorgt zu sein. Also bei Zink ist es vielleicht ähnlich wie mit Vitamin C. Gut, wenn man vielleicht einen coolen Hausarzt hat, der das im Blut mal misst, kann man das mal messen lassen. Ansonsten kann man Vitamin C und Zink auch einfach mal ergänzen für ein halbes Jahr und dann beobachten. Also wir haben gesagt, Vitamin C, Vitamin D und Zink. Und soll man diese Nahrungsergänzungsmittel mit dem Essen nehmen oder vor dem Essen nüchtern nehmen? Gibt es da eine Regel oder ist das unterschiedlich? Das sagt gefühlt auch jeder was anderes. Ja, okay. Meine Meinung, und ich weiß, da stoße ich auch immer mal bei jemandem sauer auf. Aber ich versuche immer, alles möglichst natürlich zu denken. Und in der Natur kommen Nährstoffe immer zusammen vor. Wenn wir zum Beispiel was essen, dann habe ich da eine große Bandbreite an Nährstoffen, die da zusammenkommen. Deswegen empfehle ich, Nährstoffe zusammen mit Mahlzeiten einzunehmen. Weil da die Aufnahmerate ist vielleicht nicht ganz so schnell, aber es ist nach und nach. Die Nährstoffe behindern sich nicht gegenseitig bei der Aufnahme. Das kann passieren, wenn ich sie nüchtern einnehme. Und es kann auch sein, so was wie Zink zum Beispiel, wenn ich das nüchtern einnehme, dann kann es den Magen reizen. Dann wird mir so ein bisschen schlecht davon. Aber wenn ich das so zum Beispiel nach dem Frühstück einnehme, gar kein Problem. Also ich zum Beispiel nehme alle Nahrungsergänzungen nach dem Frühstück ein, mal auf einmal. Und ja, also man kann da auch voll die Wissenschaft draus machen, was, wann, mit welcher Kombination. Aber ich finde, es macht es unnötig kompliziert. Und ich finde halt auch, wenn man es jetzt zusammen mit einer Mahlzeit aufnimmt, dann behindern die sich auch nicht gegenseitig bei der Aufnahme die Nährstoffe. Es ist sogar eher natürlich. Also ja, nach dem Frühstück am besten. Und wenn man abends noch was einnimmt zur Beruhigung oder zum Desinfizieren, dann vielleicht noch nach dem Abendessen. Und das reicht eigentlich. Was gibt es denn noch so für Vorbeugungsmaßnahmen gegen Blasenentzündung? Jetzt müsste ich dich jetzt einfallen, du bist hier die Expertin für Blasenentzündungen. Ja, nur heute haben wir es umgedreht. Heute bist du der Experte, der für uns berichtet. So ein Mist aber auch. Was du persönlich noch empfiehlst? Also es gibt es noch irgendwas, wo du sagst, was man vielleicht auch beachten sollte noch, wenn man die Nahrungsergänzungsmittel nimmt oder bei der Ernährung, auf was es ankommt, was die Blase weniger gern hat oder was sie nicht gut tut. Jetzt auch in Bezug auf die Ecolibakterien. Den Körper und die Gesundheit bestmöglich unterstützen auf verschiedene Weisen, damit der Körper einfach eine gewisse Robustheit entwickelt, auch allein damit klar zu kommen. Auch den Darm nicht vergessen, weil gesunder Darm und eine gesunde Blase oder Urinaltrakt einfach direkt miteinander zusammenhängen. Das heißt, alles, was dem Darm gut tut, tut in der Regel auch der Blase gut und andersrum. Zumal, wenn wir richtig füttern, also nicht nur uns, sondern auch unsere Mikrobie und unsere Schleimhäute richtig füttern, dass beide Schleimhäute gestärkt werden, im Darm, in der Blase und dass unser Immunsystem in beiden Fällen effektiver wird. Also, wirklich auch alles, was mit einem gesunden Lifestyle zusammenhängt. Und das fängt an bei gutem Schlaf, wenig Stress, gesunde Ernährung, viel trinken, viel in die Sonne gehen. Also, gerade, wenn die Sonne draußen scheint, in den warmen Monaten rausgehen, weil die Sonne nicht nur vom Lichtspektrum her wichtig ist für unseren Tag-Nacht-Rhythmus, sondern auch unser Immunsystem aktiv fördert. Das Infrarotlicht über die Sonne hat auch eine gewisse antibakterielle Wirkung, wenn wir eine Infektion haben. Natürlich, natürliches Vitamin C, D, das wird auch in der Sonne bilden. Und es ist sehr, ja, es macht einfach glücklich, also Sonne ist so ein super, super Ding, was einfach glücklich macht. ja, gesunder Menschenverstand, wenn ich weiß, ich bin ein bisschen anfällig, um Sonnmensch auf kalte Sachen setzen, Fahrradzattel, die Klassiker, ich denke, da haben wir noch viele, viele andere Intervüsse beim Kongress, regelmäßig bewegen. Wenn wir uns bewegen, nicht nur Sport, sondern auch ein strammer Spaziergang oder ein bisschen Seil hüpfen, dass einfach die Limpf immer ordentlich durchgewirbelt wird im ganzen Körper. Das unterstützt auch die Entgiftung und das unterstützt eben auch die, eine gesunde Harn- und Turin-Bildung, also zum Beispiel früh, wenn ich aufstehe, dann hüpfe ich erst mal Seil und mache fünf Minuten Training für den ganzen Körper und ich versuche auch über den ganzen Tag verteilt, kleine Bewegungseinheiten einzubauen und das kann ich auch, das sind auch so Sachen, die hier zusammenhängen. Und ja. Also eine ausgewogene Work-Life-Balance sozusagen. Ja. Und wie eine gesunde Ernährung dann aussieht, es gibt verschiedene Wege, sich gesund zu ernähren. Ich bin der Meinung, dass es da nicht den einen Weg gibt. Es sollte halt möglichst natürlich und unverarbeitet sein und nährstoffreich. Und dann sind auch viele Stoffe enthalten, eine große Bandbreite an Stoffen, die unser Immunsystem braucht, die auch unsere Schleimhäute brauchen, die unser ganzer Körper braucht, um nicht zu Entzündungen zu weigen. Weil wenn wir gerade, wenn wir mit chronischen Entzündungen zu kämpfen haben, durch Nährstoffdefizite, durch ungesunde Ernährung, durch Stress, durch Schwermetallbelastung, diese chronischen Schwerbrände im ganzen Körper, die machen, dass unser Immunsystem und unser Körper im Grunde seinen Fokus verlagern muss. Dann haben die überall plötzlich Feuerwehreinsätze und dann, wenn es da mal wirklich brennt in der Blase zum Beispiel, dann sind die einfach nicht so schnell und so effektiv zur Stelle, wie sie vielleicht sein könnten. Das heißt eigentlich alles, was wirklich der Gesundheit zugute kommt, also eine gesunde Blase entscheidet sich nicht nur an Vitamin C und Cranberry-Saft, sondern eben an allem, was den Körper irgendwie gesund hält. Einen Geheimtipp habe ich noch. Ja, gerne. Trockene Schleimhäute, vor allem bei Frauen, hängen mit einem sehr niedrigen Estriolmangel zusammen. Estriol ist ein Abbauprodukt von Östrogen. Estriol ist ein, eben dieser Signalstoff, der der Blase sagt, mehr Schleim zu bilden, mehr Abwehrstoffe auch zu bilden. Und Frauen mit Blaseninfekten und trockenen, spröden Schleimhäuten und haben meistens auch starken Estriolmangel. Und ein Lebensmittel, das den Estriolgehalt sehr direkt und sehr nachhaltig erhöht, ist Leinsamen. Okay. Also, vielleicht noch so ein, zwei Esslöffel Leinsamen kann man jeden Tag irgendwie in die Ernährung einbauen. In das Büroleben, in den Senat. Schleimhäuten, mit Leinsamen Öl. Hat das dieselbe Wirkung? Es ist nicht dasselbe. Okay. Es ist irgendein Stoff in den Körnern selber, der wirklich das Estriol in eine gesunde Richtung nach oben drückt. Und so ein, zwei Esslöffel ganze Leinsamen und das jeden Tag. Das war super für den Darm, aber hilft eben auch, die Schleimhäute von innen heraus ein bisschen zu nähren. Also, so wie Leinsamen so ein Schleim bilden, wenn man so in Wasser einweicht, so kann man sich das vorstellen. Unterstützen Sie auch die Schleimbildung im Urinaltrakt. Ja, perfekt. Mit diesem großartigen Geheimtipp, glaube ich, haben wir alles super zusammengefasst. Martin? Vielleicht noch einen Satz zu Qualität. Wenn ich zu Nährstoffen greife, dann nicht die deutsche Billigmentalität, nicht das erstbeste Billigpräparat im Internet kaufen, sondern auf Qualität achten. Das ist wirklich so Qualität achten von einem deutschen Hersteller aus deutscher Produktion, wo man weiß, was drin ist, wo man weiß, dass die Sachen bioaktiv sind, dass es der Körper auch verwenden kann, dass es rein ist, dass es ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat, also nicht zu viel, nicht zu wenig. Geht es einfach direkt zu einem guten Hersteller und haben alle mehr davon. So ist es. Ja, und vielen Dank, Martin, fürs Interview. Danke für die Einladung. Ich hoffe, es war hilfreich und ich hoffe, mein Licht war nicht ganz so. Exzellent. Ja, viel Spaß noch. Danke euch. Die Blasen für Fortgeschrittene. Dein Blasen-Podcast. Übrigens, hol dir jetzt freshen Blasen-Dee aus meinem Online-Shop auf blasenentzündungslos.eu und entdecke alle Blasen-Mast-Habs.